und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde agrarian skies 2 so ich hab mal zwei stacks durch gesiftet ich habe lustigerweise gerade mal einmal silber rausgekriegt aber wir sind hingekriegt und hin brauchen wir ja auch für bronze aber eine quest von und ich bin ja guter dinge dass wir vielleicht dann durch dadurch dass dann danach wahrscheinlich eine silber quest kommt wir vielleicht glück haben und wir dann für zur dingens kommen wieder silber mitkriegen wir haben noch vier kopper drin das heißt da müsste eigentlich reichen für bronze weil wir brauchen ja nur zwei so ansonsten erde läuft immer noch ich habe gerade einmal wieder die felder abgeerntet nebenbei hier bin ich immer mal ein bisschen am knüppeln früchthien so müssen ändern man da hinten mal umknüppeln ja ja mach du mal mach du mal ja ja kommen und das ender perle dann sehr schön sehr sehr schön wieder eine ender perle gekriegt sehr gut so wollen bonzer haben war wollte wo die drei nariz herkommen was ich zwar auch nicht aber ist ja egal weil dazu wenig kupfer drin war ne weil da zu wenig kupfer drin war ich sag's euch dann haben wir noch kupfer rein damit das vielleicht sich noch verbindet aber egal wir haben die quest fertig sehr gut scheiße stil kommt zuerst oder redstone gold gold haben oder oder sogar gucken aber ich glaube schon so wir könnten mal hier wieder ein bisschen laber darüber packe so zwei eimerchen und jeder mal wieder voll machen wenn ich denn mein poppelt und finde da hier bitteschön sollen wir sollten uns vielleicht noch eine kiste machen für barren zwei kiste ist fertig so damit wir wenigstens dann so eine barren kiste haben natürlich die stellen wir auch mal klar wir müssen doch von unten machen dann okay alles klar ich hab's verstanden soll ich dann mal hierhin bitteschön so weil hier ist natürlich auch noch was drin so und jetzt sollte da eigentlich genau sechs in jetzt drin sein hier oben mal raus die bronze schon mal so so dann haben wir dann nämlich auch daraus wir müssen nämlich auch das silber daraus an der silber habe ich ja schon rausgeholt so und ich bin auf jeden fall noch dafür dass wir uns hier noch ein dingens machen so ein so ein bassin damit wir das zeug hier komplett rauskriegen dafür haben aber leider zu wenig ziel briggs ne aber wir haben noch clay block wir haben noch sand aber wir haben wir haben noch sand natürlich nicht warum aber immer das kummer was wir hier noch haben wir haben ja noch das ach ja klar ich musste die question abschließen stimmt noch mal naja ist also so dankeschön so dass ich mich auch noch redstone hier drin dann immer mal mit close donna auch noch mit ach ja stimmt die eine botanier der quest die war auch fertig lustiger weise so mehr war dann nicht clay sand level gravel war das ich wusste nun mal wie in welchem verhältnis ich glaube 444 war das weil dann können wir uns nämlich noch das basel bauen dann geht das schneller ein bisschen hallo lass mich raus da lass mich raus du schmutzpuckel ich weiß jetzt nur wie so vielleicht irgendwie tatsächlich cool so wir brennen mal so glas haben ein bisschen glas oder glas glas panes dann kommt du mal her und die zwei silber weil wir können nämlich schon ein solar panel bauen so das gibt nicht die mir was noch holz und ein redstone dann hätten wir schon einen solar panel das ist natürlich jetzt das kleinste dann produziert ich glaube nur ich glaube nur ein elf pro sekunde oder pro tic also jetzt nicht die welt muss man jetzt mal sagen zwei macht er so entschuldigung und ich würde gerne ein pulver weise haben auch noch ein pulver ritzer an pisten das ist ein problem weil soviel den haben wir nicht bei weitem nicht gold ist nicht das problem kupfer wäre vielleicht auch ein problem auch nicht so unbedingt hin ist das problem denn ist ein großes problem aber gut das kriegen wir trotzdem hin im laufe der zeit ich muss mal gucken habe ich eigentlich noch irgendeine quest jetzt abzuschließen ist ja gut wir müssen noch gold noch machen jolt haben wir wollt natürlich aber gold sehr gut naja sehr schön bitteschön ganz direkt zurück haben sondern legen wir doch mal so lange noch weg legen wir doch mal hier unten rein die technischen sachen pulver weiß aber halt cool dann könnten wir dann könnte ich kommst und zu gravel die ganze zeit verarbeiten da bräuchern die ganze zeit mit dem hammer knüppeln darum dass man das ist die krimisse warum ich das machen möchte so gold kommt auch gold ist mit nichts verbundener so wir können uns jetzt die diesen machen war sinn sehr schön jetzt brauchen wir brauchen noch vier für sechs stück sind dort noch einmal vier mal sand 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 und koppel brauchen wir noch mal fertig zwei jeweils glaube ich oder ich glaube ja ich weiß jetzt nicht hundertprozentig aber ich glaube ja da gibt doch hier ne genau da müsste ich genau passen dann egal kriegen wir hin kriegen wir hin kriegen wir hin denke ich so das haben wir dann gold ist jetzt in schmelze gewesen ne genau das können wir rausholen dann haben wir wieder eine quest fertig so komm mal her du ich bin auch blöd ich brauche doch gar keine drain ich kann doch hier in stellen geht auch sollte gehen natürlich wollte ich sagen man kann doch das da ist versteht da ist doch eine drain sehr gut haben wir gold das heißt fest fertig ach silber ach ja klar silber ist auch ein gebild sauber das gibt in war dann brauchen wir obsidian steel steel ist ein bisschen schwerer zu machen ja das ist natürlich jetzt ein bisschen ein silber ist natürlich ein bisschen wenig aber wir brauchen auf jeden fall noch tin tin brauchen auf jeden fall noch warum bist du denn tin tin hier so eine kacke hier ich will den weil der autos tief können wir jetzt auf jeden fall schon machen da habe ich kein problem definitiv nicht ich wollte gerade sagen heute noch heute noch mein freund los was ist er jetzt noch drin sauber gemacht schön das gibt es jetzt nicht ne ja das kann ich jetzt nicht abbauen was wann ist das denn überhaupt tierjerker was denn tierjerker ii warte mal was wird könnten würde der noch bauen aluminium war es habe er sogar noch immer her da xe mein stray cruelty Corinna wir müssen uns auf jeden fall jetzt eine spitzache die spitzhacke aufwerten sonst kriegen wir da nicht hin ich denke mal mit eisen obwohl dann sollte ich das vielleicht anlassen 1 damit wir das machen können so dann gehst du mal dahin ja ein aluminium was habe ich gesagt ne so schon fertig dann brauche ich dich und dich dann bräuchte ich einmal die stich genau und da bräuchte ich dann bauen diesmal ein eisenkopf funktioniert normal so müsste es funktionieren sage ich doch jetzt aber ein eisenkopf und es geht immer noch nicht geil scheiße was haben wir denn sonst noch in war in war kann nicht stärker sein obsidian diamond weißt du welchen da jemand darauf kloppt geht dann mein ding level höher ja bronze war verdammt verdammt das ist wirklich doof das ist doof was kann man ja noch darauf glauben noch ein diamond geht das ich glaube nicht unwahrscheinlich sage ich doch verdammt wie könnte ich das denn noch höher machen bronze bronze kann doch nicht höher als eisen sein das kann ich mir nicht vorstellen das kann doch nicht höher als eisen sein testen testen würde ich sagen ich weiß jetzt gerade nicht aber ich meine nicht eigentlich jetzt haben wir schon fast zwei stecks das ist gut anderthalb meine ich natürlich nicht zwei schade aber bronze bronze kann doch echt nicht höher sein als eisen kann man doch keiner erzählen aber der war vorhin mein ding level ein und jetzt mein ding level bronze jemand stimmt doch da nicht aber ich werde die doch wohl hochkriegen da geht doch nicht schauen wir mal soll ich war ja immer noch meine level bronze tja bronze wie in forst 1 pick x hat wird wird denn hier alles überhaupt meinen level iron stones und so und so copper cobalt das elementium klar terras die mana stil mana stil ist nur silver ist ja der hammer void metal wie geht das denn krass dark steel ist auch klar nether quartz tier der enderium gibt es auch lustigerweise auch nicht schlecht mit real krass signal um was können wir denn überhaupt alles machen obsidian ist meine level obsidian und sehen dann ist doch cool ob sie dann können können wir machen das Problem ob sie dann können wir machen da brauchen ein paar stones überhaupt in den stone sachen geschmissen da und da und zu wenig stone ok brennen wir mal ein bisschen so wollen wir mal acht nehmen fertig brennen das mal das kriegen das können wir machen also stone also obsidian können können wir auf jeden fall machen das ist das problem weil da haben wir sowieso laba haben wir ja oder nur halt wasser sollte man aber auf jeden fall so ein irgendwie so ein ding bauen damit das wasser nicht unbedingt herum fließt so fertig schon rein und wasser drauf entschuldigung 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 ich weiß nicht warum ich momentan so am rusten bin ich habe keine ahnung muss ich ehrlich sagen machen wir erst mal hier weil mir geht momentan echt nicht so toll irgendwie ich weiß nicht warum also gegen die auf jeden fall schon besser aber gut man schlägt sich so durch ne sondern immer mit der ob sie die anher dankeschön sondern eigentlich müsste es doch so gehen oder genau weil er hat mich jetzt meinen level ob sie die jahren und ob sie die an ist ja ziemlich hohes meine level na ja es passiert was danke danke schön natürlich immer nett sondern will ich sagen den autos tief bauen wir schon mal wenn wir dann noch strings ich glaube gar keine strings dafür oder das ist natürlich doof das ist natürlich wirklich doof wir haben keine strings haben wir echt keine strings mehr aber wohl quatsch nicht haben wir aber wir sollen trotzdem ein paar mehr strings machen oder so wie war das jetzt das war glaube ich irgendwie hier unten dann so und dann das und noch irgendwas beginnert zeich mal sie also ein elektrum gier es ist verarschen 500 elektrum braucht das also zweimal ach so dass ein gold ein silber ok ja super wir haben nur noch ein silber boah ich breche ins essen wir brauchen noch ein silber nö 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 silber und ein gold nö ihr doofen auch nicht da rein ihr sollt da rein boah muss ja noch ein silber haben misst doch muss ja doch noch siften hier prügel soll es hagel hier bitteschön prügel gibt es weil das mit dir hier sage ich danke die macht aber nicht mehr so viel schaden jetzt ja prügel prügel nein die endpölle so davon egal haben wir ja was denn jetzt zu essen 9 9 los essen da ist da hinten ist auch noch irgendwo wie drin gewesen hat weiß ich gibt dort herr gut dann jetzt halt nicht müssen wir das elektrum haben so ein ärger müssen wir tatsächlich noch dinge haben wir müssen tatsächlich noch silber haben so ein mist wir brauchen zwei elektronen dafür das ist natürlich doof wir müssen natürlich zwei elektronen haben er ist natürlich ein bisschen doof das ist frech das frech das frech das frech und ich würde sagen wir bauen schon mal eine kleine plattform wo wir dann die die maschinen hinbauen und ich würde sagen wir bauen die hier hinten einfach da ist ja die smelterie das heißt wir bauen uns dann hier in die richtung mit den maschinen erstmal weil ich könnte ja theoretisch schon mal das solar panel hinstellen wo ich das habe ich hatte sie hier rein getan ja weil das gibt ja das macht ja schon mal trotzdem strom da seht ihr ja da light level 84 prozent und charge sehr schön 50.000 11 kann nämlich speichern das heißt wenn wir dann irgendwann mal genug silber haben was in einem jahr annehmen kann leider auch sehr ärgerlich ist das ärgerlich da brauchen wir nämlich als nächstes da ist nur aluminium brass drin das war eigentlich nicht brauchen gerade die können wir auch darüber schmeißen so da rein da rein da rein genau so ihr hier ganze gelumpe du auch und du auch du auch so jetzt müssen wir tatsächlich wieder dingen sammeln ich brauche silber und zwar genau ein ein silberohr brauche ich eigentlich nur dann habe ich genau ein habe ich genau das silber dort ich brauche für der taxiv weil dann brauche ich nämlich nur hier knüppeln vielleicht mal am anfang kurz vor einer folge oder sowas oder ist kurz vor einer folge dann dann knüppel ich hier einfach einmal ein stack oder so dann haue ich das in der ziv rein und gut ist dann läuft das durch während der folge und gut ist so hatte ich das es dann vor erstmal wenn wir dann pulverweiser geht dann natürlich leichter dann können wir natürlich gucken das war irgendwie hier versuchen irgendwie eine verbindung dahin zu bauen weil ich wahrscheinlich sowieso nicht hin kriege weil das viel zu weit ist und der pulverweiser dann halt cobblestone pulverisiert und dann direkt ins ziv rein packt das automatisch sachen dann für uns produziert natürlich so soll es sein daher die autos hier drin sind wird ein bisschen anders sein das wird jetzt nicht mit den autos aktivitern werde ich machen die autos automatischen straßen nachher die werde ich dann ganz genüsslich mit den autos dann machen natürlich natürlich muss ja auch muss ja auch so sein so so haben wir jetzt ein selber gekriegt oder glaube ich jetzt nicht ne das glaube ich doch jetzt echt nicht ich will das jetzt ich will das wenigstens fertig ich will euch das zeigen dann ist die wiederfolge hat der zwar länger da kann ich auch nichts aneinander so punkt ich will euch das jetzt zeigen das ist mir egal auch wenn die eine halbe stunde geht das will ich jetzt noch fertig kriegen ganz einfach also heißt ein kack silber klumpen brauche ich obwohl ich ja sagen muss aus zwei sechs kam auch nur gerade mal sieben raus das ist die chance ein bisschen gering aber finde ich cool dass das jetzt mal was gibt wo man silber braucht weil es gibt nicht viele sachen wo man silber braucht silber ist eigentlich so ein ja ich sag mal so 0 auf 15 produkt so und ich bin noch überlegen nächstes mal werden wir dann mal wieder ein paar quests angehen denke ich mal gewinnt ja nicht technische quests bestimmt oder nochmal nicht guckt sowas assembly line gibt es auf jeden fall das ist hier wow 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 autospauner und so weiter blood magic soundcraft botania bees applied analytics und das ist gar nichts ok und hier ist noch power grid wie ich da rein kriege aber weiß ich nicht elsewhere achso und das können wir auch mal angehen noch also geht jetzt nicht in der folge aber auf jeden fall jetzt nächste da brauchen wir das fluid duct na na komm bitte ein silber bitte ein silber bitte ein silber bitte ein silber ich falle auf die ich falle auf die knie echt nein spaß mache ich nicht mache ich natürlich nicht das glaube ich nicht das glaube ich nicht so eine runde mache ich jetzt noch wenn man dann kein silber king dann pech so einmal 16 stück jetzt noch wenn das nicht klappt dann nicht so dann sage ich halt nicht so jetzt sehe ich das gerade nicht moment so 16 stück jetzt noch mal also ein viertel stack und wenn man dann kann silber haben ja dann ist das so was soll ich machen so 16 so einmal noch gesiftet ja dort war ich ewig mit dem mossy cobblestone ne muss ich auch mal sagen bisschen schiesel drauf da könnte man trick anwenden wo man muss die cobblestone ganz schnell kriegt aber ich glaube der ist hier nicht drauf wenn er überhaupt noch funktioniert dann weiß ich gar nicht weil es gab mal gab der trick besagt eigentlich nur man kann ja cobblestone schieseln zum mossy und die haben dann auch funktioniert ich weiß nicht ob das noch geht ehrlich gesagt ich habe dort schon ewig nicht mehr ausprobiert so kommen ich werde dir sehr verbunden wenn du ein silber daraus ist ein silberohr broken von mir aus ganz oder sonst irgendwas ist mir egal ob sie ein silberohr doch ich glaube nicht hey wir können doch fertig machen ich glaube nicht ich glaube es nicht dass wir das ehrlich geschafft haben da ist echt ein silber raus gekommen zwei sogar vorher machst du dann 32 stück da kommt nicht eins raus und dann machst du nochmal 16 und 32 das ist der hammer manchmal so das wollen wir dann jetzt mehr reinhauen noch da brauchen noch ein gold natürlich ein gold ein gold ein gold ein haben wir noch selbst das passt und dann können wir uns hier gleich gönnen da bist du nicht mein vier narret sein das war sogar billiger ist als wenn man hat kraftet weil wenn man kraftet braucht man nämlich nur ein eisen dafür so braucht man kein eisen dafür hat doch einen vorteil mit dem gear mit dem cast immerhin muss man ja mal sagen so jetzt haben wir vier ingits ne sollte eigentlich gehen schauen wir mal tatsächlich sehr geil sehr schön so dann nehmen wir mal die mit die mit und das mesh habe ich noch da ist ein mesh dann in war in war in war in war in war und die ja freunde wir haben es geile sache weil mensch zeichnet das jetzt schau dir jetzt auch noch mal klein hier haus da rein ja und dann macht das schon sehr gut sehr gut sehr gut und so zack das kommt dann da raus gut dann würde ich sagen wie immer werden wir die folge jetzt und wie immer sage ich zu euch wenn euch die folge gefallen hat lasst like da lasst ein abo da lasst ein kommentar da ansonsten wieder einen schönen tag einen schönen abend wie auch immer wir sehen uns beim nächsten mal bei einer runde agrarians guys 2 schüssingen drei zwei drei drei drei